Er sitzt erneut mit Dieter Bohlen in der DSDS-Jury. Die diesjährige Jubiläumsstaffel der Castingshow ist eigentlich als die letzte angedacht. Doch kurz vor dem Finale dann die Überraschung. Deutschland sucht den Superstar geht noch weiter. Mit dabei selbstredend Poptitan Dieter. Doch wer sitzt neben dem Produzenten am Jurypult? Um Katja Krasawitze handelt es sich nach ihrem Beef mit Dieter wohl kaum. Nun plaudert der 69-Jährige aber aus, wer auch 2024 neben ihm Platz nimmt. Es ist Pietro Lombardi, ganz zur Freude des modernen Talking-Stars. Soll das eigentlich noch geheim bleiben? Immerhin erklärt Pietro nach der Enttünnung seines Kollegen, Dieter, das wusste noch keiner. Nun ist die Katze aus dem Sack. Mal sehen, wer noch Lust hat, als DSDS-Juror dabei zu sein.